Ja, es ist ein weiteres Osterfest, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, im Zeichen eines Krieges mitten in Europa. Was macht das mit den Menschen in einer Zeit, in der man von Einkehr, von Besinnung spricht? Bei mir im Studio ist Bernhard Fellnberg, er ist evangelischer Militärbischof. Und auch das ist nochmal vielleicht eine ganz spezielle Richtung. Wie gehen eigentlich Soldatinnen und Soldaten mit dem Thema um? Ich möchte Sie zitieren, es gibt Ihnen nicht den Himmel auf Erden, auch nicht in Europa. Warum nicht? Weil der Mensch so ist, wie er ist und macht das nicht am Ende mutlos? Wir leben in einer unerlösten Welt. Wir haben heute Karfreitag. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen, ist dort gestorben, um die Menschen zu erlösen. Wir merken, die Welt ist nicht nur gut. Wir haben uns das in Deutschland sehr lange eingebildet. Wir sind umgeben von Freunden und das ist ja auch schön, so eine Vorstellung. Aber wir sind in die Realität wieder zurückgeholt worden. Daher müssen wir auch darauf eingestellt sein, dass es Menschen gibt und Staaten gibt, die nicht nur Gutes im Schilde führen. Das ist natürlich eine schmerzhafte Realität, egal ob man mittendrin ist oder sich nur mit dem Thema beschäftigen muss. Nun müssen sich deutsche Soldatinnen und Soldaten eben zwingend mit diesem Thema auch auseinandersetzen und beschäftigen. Viele Jahre mussten sie das nicht in Deutschland, weil es keine große Rolle gespielt hat. Aber was macht das mit den Menschen, die beim Militär dienen in dieser besonderen, in dieser neuen Situation? Wie wird dort Glaube gelebt? Wie kann er gelebt werden im Zeichen von Tod und Vernichtung? Die Militärseelsorge begleitet Soldatinnen und Soldaten im In- und Ausland. Und natürlich haben Soldaten durch die Auslandseinsätze der letzten Jahrzehnte auch Erfahrungen mit Tod und Sterben. Afghanistan. Wir haben heute Karfreitag. Es gab 2010 das Karfreitagsgefecht. Daran erinnert sich heute die gesamte Bundeswehr. Aber natürlich ist die Landes- und Bündnisverteidigung eine ganz andere Nummer. Wenn man sich vorstellt, was da alles passieren kann, da wird einem klar als Soldaten, ich habe einen Beruf mit einem scharfen Ende. Ich habe ein Gelöbnis abgelegt, wo ich bereit bin, mit meinem Leben für die Freiheit und das Recht der Bundesrepublik Deutschland auch mit meinem Leben einzutreten. Von daher ist die Situation, die wir seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine haben, für Soldaten noch mal eine ganz besondere Situation. Herr Feldberg, ich würde gerne noch mal ein Stichwort aus der ersten Frage mit aufnehmen. Im Zusammenhang eben mit Glauben beim Militär. Soldatinnen und Soldaten in dieser Situation, die sich mit dem eigenen Tod auch auseinandersetzen müssen. Stärkt das eher, diese Auseinandersetzung, oder macht es am Ende doch mutlos? Wir merken, dass der Glaube in der Bundeswehr und die sozusagen Kirchenangehörigkeit in der Bundeswehr stärker ist als in der normalen Gesellschaft. Wir merken, dass in Auslandseinsätzen die Gottesdienste hervorragend besucht sind, dass intensive Diskussionen und auch Gespräche stattfinden. Die Seelsorge ist da, von morgens bis abends, manchmal auch in der Nacht. Und da bekommen die Soldatinnen und Soldaten Vertrauen. Und sie merken, dass der Glaube etwas ist, was sie resilient machen kann, was sie widerstandsfähig machen kann, auch in solchen herausfordernden Situationen. Von daher ist der christliche Glaube nicht nur ein Angebot, sondern eine Realität, die in der Bundeswehr auch gelebt wird. Aber wie machen Sie konkret Mut zu allen Tages- und Nachtzeiten, wenn die Frage dann auftaucht von Soldatinnen und Soldaten, was tue ich eigentlich? Sie sind als Militärseelsorger da. Sie können auf solche Fragen antworten, indem sie erst mal zuhören, merken, was haben wir eigentlich für Probleme. Und es ist diese Botschaft zu sagen, das Leben ist stärker als der Tod. Und wir als Christinnen und Christen gerade heute am Karfreitag erleben, dass das Leben stärker ist als der Tod, auch wenn wir den Tod spüren müssen. Und von daher merken die Soldaten, selbst in angespannten Zeiten, in solchen Zeiten wie heute, ist Zukunft und Leben möglich. Und das vermittelt der christliche Glaube. Und das gibt Soldatinnen und Soldaten auch Kraft. Bernhard Fellberg, evangelischer Militärbischof. Ich wünsche Ihnen Einkehr und Besinnung zu diesem Osterfest im Jahr 2024. Danke für das Gespräch. Einen gesegneten Karfreitag. Vielen Dank.